Hallo ihr Lieben! Ich bin's wieder eure Lara. Heute habe ich diesen schönen Look hier für euch geschminkt ist, inspiriert durch einen Instagram-Kanal, den ich leider nicht weiß, wie der heißt, aber Credits kommt auf diese Frau. Auf jeden Fall, ja, das ist der Look und ich werde wieder ein bisschen euch zeigen, wie das funktioniert, wie ich das mache und ein bisschen Musik unterlegen, weil wenn ich reden würde, dann wird ihr selber nicht verstehen, was ich tue. Also ich denke, man sieht ja schon das meiste ganz gut, was ich tue. Und ja, wenn es euch gefallen sollte, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann schaut mal hier oben auf dem i drauf. Da habe ich euch meine ganzen Videos verlinkt, also zumindest der Ordner, wo ihr hinkommt, um die anderen Videos zu sehen, falls ihr mehr davon sehen wollt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Look, wir legen jetzt los. Viel Spaß! holdfんなdeckung! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020